hi freunde und herzlich willkommen hier bei archi gaming floh wieder am start heute gibt es weitere squad building challenge pack opening wir wollen uns heute um die 81 plus doppel upgrade spc kümmern die ist noch ein tag und 90 stunden verbleibend ist jetzt schon das zweite mal released worden bin gespannt ob sie das dritte mal auch noch mal release wird oder ob jetzt zum neuen zyklus und zwar zum best of teil 2 der summer heat promo die upgrade spcs in einem tag und 90 stunden quasi noch mal released werden da bin ich sehr gespannt ob da neue upgrade spcs kommen oder wieder die weil die ja schon mega nice sind gerade in bezug auf squad building challenges wir wollen die heute mal zum dritten mal angreifen diesmal mit der community ja und ich weiß nicht wie viele sets zusammenkommen ihr seht schon im titel ihr seht schon im thumbnail ich würde sagen wir steigen direkt rein bevor wir rein starten mit den packs gern das video supporten mit dem daumen nach oben 300 likes gebe ich heute wieder als ziel raus falls ihr also weiterhin die upgrade pack openings sehen wollt gaben ab pc pack openings zeigt support auf dem video daumen nach oben algorithmus ist auch da gerne kommentar dafür da lassen und natürlich gerne die glocke aktivieren falls ihr generell keine weiteren spcs verpassen wollt und da würde ich sagen steigen wir rein mit den ersten packs und abfahrt let's go so freunde und da starten wir rein wir fangen an bei lecky der hat die jeweils von den upgrades kommt bei den challenges die eben gesehen hat jeweils 15 packs vorbereitet außerdem das ultimative pack am start wir jetzt gerade freitag ja kurz vor mitternacht wir haben uns heute schon um die gold upgrades koppel die challenge gekümmert das videos am freitag zu um 22.15 online gegangen falls das noch nicht gesehen habt checkt es gern ab und jetzt geht es rein in die 81 plus doppel upgrade spc mal gucken wir ziehen können von börse karten unter anderem zielbar ja future stars karten screen karten und vieles vieles mehr also bin gespannt was wir ziehen können genau einfach nach und nach aufmachen so vorne pack nummer eins da fängt es auch schon direkt an wand oder walkout und wir fangen an mit dem wand spieler spanien das ist schon mal nicht so gut ikka gassias die legende ja 83er ikka gassias kommt um die ecke mal gucken wer noch dabei ist baumann als 82 gradete karte kann man reinpacken in den verein und je nachdem mache ich da noch mal ganz entspannt hier preisvorgleich und guckt dann was der gute spaß kostet aber bis jetzt bei wänden müssen wir natürlich nicht großartig gucken jetzt wird es hier deutschland z om und wir haben tatsächlich den altbekannten 84 gradeten aktuell ölseele am start 82 strakoscha kommt noch oben drauf aber selbst 84 gradete karten vielleicht kannst du auch mal gleich bei dem nächsten 84 oder so lecky preisvorgleich machen sind momentan durch die ganzen squad denn die challenges die draußen sind zum beispiel ja zuletzt die fabinho und die fonden spc da waren 83 und 84 grader sport gefordert ja und was war 84 85 83 sind komplett durch die decke gegangen insofern das war auf jeden fall mega heftig jetzt hier ja jetzt als 81 gradete karte am start natürlich nicht das geilste nicht das beste und milner 23 83 2 81 das willst du natürlich nicht sehen das willst du natürlich sehen milner kannst du auch wieder deine weitere 81 plus upgrade spc theoretisch reinballern und hier geht es direkt weiter kommen aber immerhin kommen lass es immerhin in 82 dann seiner kommt 282 wieder 281 jungs das muss besser gehen haste pecklack in die kommentare ich habe das schon gesagt allein für den rhythmus gerne einen kommentar hinterlassen wir werden wahrscheinlich hier in dem video gleich noch das ultimative pack zum abschluss der 15 packs machen und dann mal gucken wie viele 81 plus packs noch zusammen kommen hier in dem video aber hier cbs special card ist in in form anscheinend ja moin es wird zapata aus dem aktuellen team aus der week 86er zapata oder war es ein best of best of 88 ist gerade im aktuellen team auf der week oder war im aktuellen team auf der week ich gucke mal gerade noch mal nach zapata 88 habe ich doch zuletzt auf dem haupte count gezogen das war wahrscheinlich letztes team auf der week bin mir aber gerade nicht sicher sapata auf jeden fall erste special karte mit maguire am start und mal gucken wie der ganze spaß weitergeht also einige ausgewählte team auch das diesen team auf die moment karten natürlich auch noch draußen ja da gibt es eine ganze pdf datei ich kann immer kurz hier vorlesen von birthday karten sind draußen future stars karten komm hier ist eine drin jawoll nächste special karte was ist das portugal linker flügel alles klar man auf der match karte 83er diego jota der auch schon eine spc hatten spc ohne zeitlimit meine ich zwei special karten mit savage als ucl karte zum ende hin von fifa sozusagen dritter siebter heute ja ich hoffe ihr seid bei fifa 21 auf jeden fall auch wieder bei den spcs am start road to the final karten sind auf jeden fall auch draußen scream karten ausgewählte man of the match karten team of the group stage karten mit dem team of the week 17 bis team of the week 26 ausgewählte team of the week karten team of the week moment auch da ausgewählte von 1 bis 6 und hat die nächste der nächste man of the match back to back diesmal ukraine zdm und da wissen wir alle bescheid wer das ist und totti nominikaten zum guten schluss unana tag yafiko tadic und so weiter sind auch noch weiter in packs verfügbar und wir ziehen jetzt hier oh dumfries ist hinten dran alter das ist doch mal geiles pack auch dampfries wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel kosten gucken wir mal preisvergleich macht er direkt perfekt er hat zwischen 10 und 15 k aber eben aber schon hier im stream chat bei twitch falls euch mal live sehen wollt kommt gerne vorbei auch da heißt mir archie gaming lasst gerne da ein follow da da haben wir eben schon darüber gesprochen auch ein bisschen also die ein oder anderen special karten sind natürlich jetzt durch die ganzen packs die geöffnet werden durch die ganzen upgrade packs und so weiter und so fort weiter gestiegen ja und nicht weiter gestiegen sondern gefallen ja und petro und savage wenn es jetzt hier ist habe ich diesmal als normal karte am start und petro als 82 ja wenn man 83 grader spc kommt geht der direkt wieder durch die decke da bin ich mir definitiv sicher so wie viele packs haben wir noch ich habe nicht mitgezählt was haben wir hier am start jawohl workout oder habe ich es falsch gesehen oder war es nur wann torwart deutschland ja es ist der nächste informell war gar nicht so geld 86er leno war am start 86er leno war am start ja aber noch drin 81er gummies ja und der ist schon ein bisschen teurer 86er deutschland premierlink oh der ist mega teuer für den 86er gewählten team of the week sehr sehr nice das ist auf jeden Fall top für spcs den leno zu benutzen 86er team of the week das ist top und jetzt haben wir noch 30 auf jeden fall was hatten wir ich glaube jetzt haben wir insgesamt noch sechs wenn ich es richtig mitgezählt habe beziehungsweise 5 von den 81 plus dingern plus das ultimative pack mario fernandes und martin ist jetzt hier gerne rein in den verein und dann direkt die nächsten sechs sets ballern so danke euch für die ganzen follows die gerade hier reinkommen ocl karte können wir auch direkt skippen keine wand kein workout savage und gummies haben wir eben schon gezogen werden es jetzt hier können wir leider oder müssen wir diskarten und jetzt noch 4 81 plus dinger plus das ultimative pack kommt schon jawohl wander walkout das wollen wir sehen nur eine wand nur eine wand italien z m und das wird chelsea roguinho so nächstes pack es wird schwarz aber es wird kein wand oder walkout das ist schade leider nein was haben wir hier am start wieder zwei 81er wieder zwei und wieder gummies den haben wir jetzt irgendwie keine ahnung in zehn packs fünf sechs mal gezogen oder so und wahnsinn einfach nur wahnsinn einfach nur wahnsinn so 81 plus pack komm jawohl wo ist das plus bei dem 81 plus pack hier auf jeden fall wieder nicht ordentlich am start wir haben diesmal eine wand immerhin spanien wieder torwart wieder eka garcias ach komm schon hast du zwar wieder was 85 plus rated spielen annautovic da habe ich eben schon beim gold upgrade im video gesagt er war tatsächlich bei einer gewissen spc für 9k für fünf sechs stunden weil er bei 9k also das war wirklich wahnsinn der annautovic dass er so teuer war aber man muss wie gesagt die richtigen zeitpunkt abwarten und da kann man selbst mit denen ist man froh dass man solche spiele untradable hat weil sie einfach mega viel auf dem transfermarkt kosten ich glaube es war eine wundertüten spc so koffertschutz und zu so werden sie im letzten deck jetzt das ultimative pack hier zum abschluss der 15 packs let's go was können wir ziehen 30 seltene spieler und bitte ein aus dem best-of-zweiteam come on jawohl es wird wer wird denn england rm sancho es wird sancho 88 graded jawohl 88 graded noch richtig im kopf und das war auch ein richtig geiles trikot ne jetzt hat bvw ein neues trikot am start können wir gerne auch eure meinung reinschreiben in die comments dazu 91 tempos am start 88er jayden sancho plus wer ist noch hinten dran kommt schon noch mehr oh mein gott was alter was ist denn das für ein bundespack ingesta mit dem richtig was das für trikot was sind jetzt da dann 85er team of the week moment ben benedetto muriel als team of the week 83er pacco alcacer im 83er rabio als ucl karte und dann hinten dran noch petro und peron als 82er kein schlechtes kein schlechtes 125 cars hat kein schlechtes ultimatives pack und damit würde ich sagen gehen wir rein in den nächsten 81 plus doppel-upgrade spc und das sind fünf weitere sets für dieses video mal gucken was das ganze hier gibt erstmal kein band auch kein walkout spieler bitte nicht wieder 281 macht nicht wieder diesen und was war mit gitarren wikos werden die packs für die packs für die packen vorbereitet und die packen vorbereitet und vielleicht jetzt wirklich richtung enden schlecht mit gitarren und weg rost nächstes pack pack nummer zwei hier auf dem account kommt schon jawohl wanda walkout wird schon mal es wird eine wand leider nur schade diesmal belgien jo innenverteidiger es wird 83 company aber auch der jeweils oder je nachdem teuer und ball telia 82er kein schlechtes pack geht aber definitiv besser und sie das drei stück sind noch da was haben wir am start man doch walkout yes come on come on come on jawohl nächste special card ist am start diesmal wird es spanien z m wir haben von napoli haben auch noch nicht gezogen 86er grader fabian der um die ecke kommt richtig geile geschichte auf jeden fall sehr geil sehr sehr nice und sanchez zwei serie a spieler 15k ja jungs wirklich die special karten die kosten kaum noch was wahnsinn echt und jetzt nächster wander walkout kaum spc futter wir brauchen ihn nein kein high rate spieler wir ziehen ach schade ich habe gehofft auf den tar oder so aber auch das nicht schlecht hier 84er welt der gündung garne ja premier league manchester city link ja perfekt für spcs und quartes als 82er und jetzt das 81 plus pack nummer 20 für das video kaum schauen keine wand auch kein walkout ich hoffe trotzdem das video hat euch gefallen wenn das der fall ist zeigt support mit einem daumen nach oben 300 likes gebe ich wie gesagt wieder als ziel raus lassen sich so schnell wie möglich auf jeden fall voll machen dann wisst ihr bescheid dass auf jeden fall so schnell wie möglich auch wieder weitere upgrade spc pack openings auf euch zukommen und dann würde ich sagen ihr sitzt hier zum beispiel jetzt er macht gerade noch ribberie fertig war es das mit dem video ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe du gibst keinen roberto femminio ab alter falter ja moin was denn da los auf jeden fall ja ich hoffe das video euch gefallen wenn ja zeigt support gerne kommentare lassen mit euren tag pulls aus den upgrade spcs und damit reingehauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten spc video euer flo von archie gaming ciao 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 ciao